Shalom, willkommen zu einem weiteren Gameplay von Black Ops 2. Wir spielen dieses Mal Nuketown 2025, glaube ich. Ähm, wir spielen wieder, wie heißt es, Glavidabschluss bestätigt, genau. Ich habe meine MP7 dabei mit Laser, langem Lauf und Vordergriff. Als Punkteserien habe ich Konto-Drohne, Blitzschlag und Tarn-Heli. Und es ist ausgegangen 47 zu 24, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ähm, dann will ich mich verabschieden, schieben, schieb ab, schieb ab, schieb ab und ciao. Ihr dürft natürlich weiter das Video anschauen. Der Daumen nach oben, der mag euch und ihr mögt ihn auch, also drückt ihn fest. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht, schieb ab, schieb ab, schieb ab und ciao. Der ist erledigt. Ich habe sein Kinderbrunner eingesetzt. Fernlenkladung einsatzbereit. Bebündete Fernlenkladung unterwegs. Lade nach. Zieh das, du! Wir haben den Vorteil verloren. Wir gewinnen diesen Kampf. Die Beine! Wir haben den App. Der Abschuss verwehrt. Der Abschuss verwehrt. Der Abschuss verwehrt. Der Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. So, der Abschuss verwehrt. Der Abschuss verwehrt. Wir haben geschossen. Abschuss, bitte. Verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt. Abschuss, bitte. Abschuss, bitte. Abfluss bestätigt. Abfluss bestätigt. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Hunter Killer Drohne eingesetzt. Verbündete Vorräte unterwegs. Abflusses bestätigt. Abflusses bestätigt. Abfluss! Abfluss! Abfluss sind wir! Was ist das? 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 Was ist das?